Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei einem Star Wars Video bei Epic Wars mit weiterer Star Wars Battlefront Action. Hier Helden, Würste, Schurken an einem chilligen Freitag. Mit dabei in der Party sind BJ, Haki, I'm Vince, Bill, Loni, Nato und Relokai. Was geht Leute? Hallo. Servus. Und ich bin Martino sozusagen. Ja. Und was ist die Taktik jetzt auf dieser Map? So, ja, rechts bleiben, rechts bleiben. So, Leute, wir sind diesmal auf der Seite des Imperiums. Müssen wir irgendwelche bestimmten Schuppen nehmen? Ja, Imperator wegen Heim ist gar nicht schön. Okay. Ja, hätte es immer ein Berater. Ansonsten könnt ihr euch auch. Ich finde Boba Fett auf dieser Map gar nicht schlecht. Ja, ich bin ja auch noch alles lokalisieren hier. Okay. Was ich eigentlich noch gut finde, so vielleicht, äh, Krennic eigentlich, oder? So, Leute, wo bleiben wir? Achso, hier, was ist mit Boss los? Boss hat kassiert. Korninato, komm, komm zu uns. Nicht alleine Solo Action machen. Das heißt nicht Star Wars Solo Front. Oh, ey, Dingens, äh, ich brauch fucker. Lass mal kurz alle irgendwo rein, äh, obwohl, die können da auch kommen. Ich brauch ein Heel. Ja, hier, hab ich. Ah, danke. Die haben nicht Chewbacca, die... Ich wünsche, ich wünsche Luke würde kommen. Ja, ich wünsche mir mal den Flauter. Leute, alles zusammen sein. Dann nehmen wir einen schnell, das könnt ihr da hinflitzen. Ja, ich hab am Anfang geschmissen. Ey, was ist das denn? Ey. Einfach abgebrochen, die Suppe. Ich bin doch noch voll. Ah, nein. Oh, wir kochen. Ja, genau da nicht das Körper, Alter, still weg. Ja, die heilen sich, äh, belastener Content. Da kommt Star Wars. Oh, belastener. Ich hab ein Thermal in Flutter, ich geh kam mit Karte bei den Reihen. Nein, die sind. Ich bin ein normaler Kuppler, kein Held. Die wollen auch defensiv spielen. Eigentlich könnten wir die jetzt mal pushen. Offensiv spielen. Wir spielen beide taktisch. Und auch irgendein Held noch Heilung, sonst macht... Oh. Ah. Ja, du, ich mach was. Nice. Der Bruder hat nix gemacht, all diesen beiden abgehauen. So, Leute, wir haben alle noch Energie, wollen wir was machen, wollen wir mal offensiv spielen und pushen? Ja, lass es erst mal versammeln. Lass es erst mal versammeln. Lass es erst mal versammeln. Und dann auf drei. Und nicht alle, einer geht vor. Ja, einfach gucken, wo man ist. Einfach gucken. Jetzt muss man auch noch was. So. Die heilen sich auch gegenseitig. Okay, sollen jetzt angreifen oder nicht? Eins, zwei, drei. Okay, alle doof, alle doof. Ist egal. Oh, scheiße. Oh, scheiße, was. Let's go. Let's go. Weg hier, weg hier, weg hier. Aber ist weg hier. Scheiße, leer. Geh down, leer. Ich buchse leer, was? Ich hab ne, erst fast down, Leute. Lea, erst fast down, 2%. Das war nur noch erst so, nur noch erst so. Echt jetzt? Nice, nein. Komm, wir haben gewonnen. Was erst so? Wir haben damit null gerechnet, ey. Weil wir die ganze Ding sind aus. Richtig gut, ey. Ich war so überraschig. Ich hab Lea die ganze Zeit geworfen, diese Nackenklatscher. Hier Nacken will ich gar nicht mehr sehen, ey. Auf die Intensivstation mit ihr. Abwild. So. Ich nimm mal Boba. Ah, verdammt. Kronik liebe ich hier, weil der hat immer so sein Schild. Da kann halt keiner reinlaufen, dieser Luke nicht. Und ja, wir können halt immer diese 10% Heilung. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Na ja, mal schauen. Hey, warum klaut ihr mir meine Punkte? So, wir bleiben erstmal hier, tun wieder 1 auf Defensiv und dann können wir wieder das gleiche machen. Ich hab Orbit, soll ich den schon einsetzen? Ja, klar. Oh, die haben Chewbacca. Mit denen ist nicht zu spaßen. Leute, ich war Bagda. Sie haben keinen zum heilen. Hallo, der Interaktor. Leute, hat jemand Bagda? Bagda, Boba, Fett bitte. Oh, Luca, 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 Luca. Ich hab das Ganze gecheckt, dass er das ist. Er hat noch 1%, Leute, er ist da und wieder zurück. Zurück, wieder zurück. Zurück, gleiche Position, alle hoch hier. Hinter uns. Was ist einer? Ja, nice, okay. Leute, Bagda an die Helden. Egal welchen Helden. Bagda. Bagda auf die Helden. Bagda auf die Helden. Das Luke, das Luke ein Gegner. Ich dachte so, er kommt zurück. Er greift nämlich an, Alter. Ich achte der denn bei mir. What the fuck, ey. Okay. Leute, Bagda. Kein Bagda? Was ist das für ein Team? Erster Tod. Kein Bagda heute. Kein Bagda heute für uns. Leute, Chewbacca. Pass auf. Waiter, was machst du? Solo Front wieder. Ich hab den mal schön. Pass auf, da hast du Spacca. Hier, zack. Habt ihr Bagda bekommen? Nice. Okay, wartet mal. Die müssen eigentlich kommen. Ich geh defensiv schön. Na. Pass auf, Orbi, Orbi, Orbi. Orbi, Leute. Scheiße. Scheiße. Kacke. Leute, Bagda bitte auf die Helden. Was ist denn los? Wo ist der Bagda-Support? Ich bin ja in der Arsch der Welt. Ich hab halt Bagda. Ich weiß, wenn... Hier, Bagda. Ach. Na doch nicht. Ich muss mal kurz zum Hero-Pickup, Leute. Chewbacca, Skellas. Ja, ja, Bagda. Nice. Nein, ich bin runtergefallen. Ey, Chewbacca. Chewbacca ist gleich da. Wieso überhitzt meine Waffe genau dann? Leute, Chewbacca hat 2% oder so. Bitte. Ey, die haben ja kein Video. Wir sind schon. Alter Mann. Chewbacca ist... Hä, Chewbacca ist nicht down. Darf, darf. Darf hinter dir. Darf. Da drin ist ein Solo. Er ist so Zero-Pickupin. Er hat es genommen, glaube ich. Wie kann Chewbacca noch nehmen? Luke, ey, vielleicht auch ein Schubbacca-Tipp. Ich bin auch ein. Jawohl. Nice. Okay, Chewbacca müsste auch gleich down sein, ich verstehe das nicht. Aber Imperator, kannst du mich schielen? Ich bin dran. ich verstehe das mit schwaka nicht leute eine man die kommentare das was das war das so von den dieben zuschauern mal eine leider kommt zu mir hast du hier jetzt hat er wieder hier bekommen glaube ich schon an der alfabaka tot drei prozent erst nicht so viel ausgehalten das kann ich habe mit der elf richtig hart ich bin so schlecht ich glaube es hat kein bug da bekommen war ja so schnell wieder weg war es so ich habe bekommen was macht denn da oben es wäre ich gespannt wie die runde verläuft wir haben auf jeden fall wieder leer zum hier aufpassen man ich hasse diese scheiß typen die so viel aushalten todes truppler style hier ist dings geners oder was und dings luke sind hier leute geht auf die ich bin so schlecht mit dem moment luka 32 prinzessin lehrer heilt sich und so 100 leben also müssen das auch bekommen müssen könnten sogar 50 schaffen ja warum rutsch nicht rein wir haben alle 100 leben versucht zuerst auf leer zu gehen auch scheiße hier ist lehrer lehrer nicht mehr viel an solos lehrer läuft zurück lehrer ist bei uns im spawn wer ist bei uns im spawn ich hätte fast mehr solo bekommen 13 prozent ab sie hat sich geheilt wir haben sie wir haben sie wir haben sie wir haben sie ja ich mache einfach nichts ich muss auch wieder ein paar rater nehmen kann ich ganz gut er ist gut er wieder als kulti im old school style okay die haben die nöpste und zwei weibere wie die kurz ist nicht weg kann weiß es auch nicht ein stück weiter pushen so am anfang nicht am anfang nicht weil es look ist halt nun könnte eine dumme aktion machen könnte dann kommen da könnte man ja man scheint schon aus weil er läuft nur um Ja, Jyn Erso ist fast da und ich hab dir gut viel Damage. Brauchst du, Vakta? Ne, ne, ich bin noch full. Oh, Junge, ich bin so richtig raulig. Oh, nein, ich fand Leia jetzt wieder. Oh, mein Herrschweiz. Leute, Leia und Jyn Erso sind auf einem Flag. Ja, ich will. Vakta! Jyn Erso, Jyn Erso ist da! Hallo auf Junge, Jyn Erso. Abwackeln, 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 nice. Sauber. So, eine Blendgranaten, Schlampe weniger. Ich hab Leia-Tüscher noch, aber 30 Schaden. Nein, ich nimm's natürlich zurück. Hat der grad Blendgranaten schlampe auch gut? Ja, aber. Ich selbst zurück, mein lieben Zuschauer. Es tut mir leid, reizensiere ich das. Reparator braucht Vakta. Ja, ab 18. Was ist eigentlich Leia? Wie fährt sie noch? Die Hälfte ungefähr. Na? Ah, nein, wir gehen auch nicht zurück. Ui, alter. Wo ist denn Dings? Leute, unterstützt, unterstützt Dings. Ich hab ihn abgefuckelt. Er brengt. Alter, alter, alter. Ich brauch kein Nama. Alter, alter. Ich hab ihn einfach fast 15. Incoming. Ich hab ihn 15. Incoming. I'm the Crane. Boah, ich war jetzt so zweimal hält. Aber, alter, alter. immer im berat einer zentralen so läuft diese runde läuft das wird eine 50 runde als ob jemand hat wie viel zweckler gewähr ja ich konnte zwischen ehrengeist und todesdruck da sind die alle verliebt schön auf instagram erst mal folgen ihre bilder anschauen oh mein gott kommt alleine von rechts von der höhle todesdruck war easy oder vader macht solo weiter was machst du denn weiter warum machst du das er geht einfach rein so so front ist da geht einfach rein so dass solo vor uns geht einfach mal jetzt müssen taktisch spielen zum glück kann die nicht hier ist das besser mit ja mal eine plauder alter so bleibt bei kränik so hier ist links die leute die leute die leute alle auf luke genersus kommt da oder helft den helden helft den helden jetzt führen wir wieder zwei und links und links und links hinter euch ist der solo der kommt ja hinter uns hinter uns leute bei imperator 50 leute sauber gemacht richtig nice richtig nice ja das war wieder eine geile folge ja danke fürs mitmachen leute hier wenn ihr gerne auch mitmachen wollt dann einfach mich anschreiben bei playstation und ja einfach mal auf euch melden twitter aktiv gucken wann das stattfindet uhrzeiten und so kann man besten kommen kommunizieren 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 okay dankeschön fürs mitmachen die leute an der party macht's gut sagt tschüss macht's gut oder drei bis zum nächsten mal